Das hier neben mir ist Julian. Und das ist Nelsen. Und zusammen sind wir Querformat. Danke, tschüss. Scheiße. Das sieht ja wie verkuselig aus. Natürlich. Man muss das natürlich auch ausziehen. Das war schon geil für das erste Day. Ich habe damit gespielt, um das Leben zu nehmen. Anfeindungen gibt es. Das ist klar. Damit muss man rechnen.